ja und es geht ab willkommen zu deluxe bros mein name ist adrian und mein name ist alvin verdreht durch heute so leute wir haben was ganz spezielles für euch und heute machen wir nämlich die windows face challenge und zwar geht das so wir schauen ein paar bilder wir haben ein paar bilder ausgesucht und die werden wir dann nachmachen das gesicht richtet sich ins klasse genau und dann würde ich mal sagen wir fangen gleich mal an bis gleich wir fangen mit dem ersten bild an und zwar mit der katze los geht's ich kann nicht mit der katze ok next ok nächstes flicht leute uro los gehts 1 2 ok du machst es schon richtig nicht schlecht mach mal das war so ein gelb für mich warte ja 1 2 3 next leute lava lava machen wir jetzt noch und weiter 1 und do leute net Okay, wir müssen wieder so machen. Drei, zwei, eins, go. Alter! Alter! Oh! Ich bin der erste Wäule, Monik. Geil, Alter. Wie du auch schaust, Alter. Next! Oha, ich liebe Erbsen. Ich muss das mal anschauen. So. Oha. Wir haben sie gut, aber. Los! Next! Vorletzte Bild. Beste. Beste. Ich liebe diese Oma. Cool, ne? Ja. Jawoll. Wenn jetzt einer von euch einen Coolen Shot macht. Alter. Eins, zwei, drei. Mal. 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 das hier, ja genau, das stoppt alles, so, letzte Bild, komm ja du bist zur Nase Alter und dann die Augen bloß auf verdrehen, so, los so, und noch ein Spezial von mir, was ich so liebe, so Leute, das war's mit dem Video, ich hoffe euch hat's gefallen, lasst einen Nomen da, abonniert uns, es ist kostenlos, Leute, haut rein was, sprengt den Button, macht was ihr wollt, aber abonniert uns, Leute, vergisst nicht auf abonnieren, Snapchat hier und hier, Insta ist hier, Leute, bis zum nächsten Video und haut rein, PÜ, tschau